Es lief alles besser und es war auf dem Weg in die richtige Richtung, bis die erste Folge dann ausgestrahlt wurde. Zu dieser Sache mit Carina. Du hältst ja auch nicht so wirklich viel von ihr. Um ehrlich zu sein, war ich aber noch mehr froh, einfach in dem Moment raus zu sein, wo Sasa eingezogen ist. Also das ist ja wirklich krass, ne? Da wurde einfach nix von gezeigt. Gar nix. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Aftershow-Podcast-Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu X on the Beach. Nicht zu Temptation Island. Da hatten wir ja schon die eine oder andere Folge angehört. Heute aber, wie gesagt, tatsächlich zu X on the Beach. Also ich hätte selbst nicht damit gerechnet, dass wir da jetzt schon Folgen dazu bekommen. Ich hätte halt gedacht, wenn alle Folgen durch sind, dann startet wieder der Podcast. Aber gut, besser jetzt schon als erst später. Und deswegen hören wir uns heute die ersten beiden Personen an. Und zwar Laura und Johnny. Bei denen sah es ja eigentlich ganz gut aus in der letzten Folge. Also die sind quasi zusammen da rausgegangen. Was dann weiter ging oder auch nicht, hat man auch schon bei Instagram mitbekommen. Ich spoiler es mal nicht. Wir hören es eh gleich. Ich würde sagen, wir starten rein hier. Die ganze Podcast-Folge gibt es natürlich wie immer bei RTL Plus Musik. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit der Reaction und damit let's go. Wie wir zu X on the Beach gekommen sind, haben wir uns beworben. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dich beworben? So halb, ne? Also ich, äh, warte mal, wie war das nochmal? Ich habe mich halb beworben. Also das ist wirklich eine gute Frage, ne? Halb beworben ist jetzt natürlich nicht die beste Antwort. Aber das habe ich mich auch immer gefragt, weil Johnny war ja schon bei Temptation Verführer und Laura war bei Temptation Verführerin. Wobei ich mal sagen würde, Laura ist wahrscheinlich mehr Leuten in Erinnerung geblieben als er. Ja, aber, ja, wer hat sich denn beworben überhaupt? Gute Frage. Ich weiß es gerade, wie war das nochmal? Alles klar, ich übernehme dann einmal hier. Also ich habe mich nicht beworben bei X on the Beach, sondern ich wurde tatsächlich angeschrieben. Angeschrieben, weswegen auch immer, weiß ich nicht, weil mich Vogel, äh, würde ich nicht anschreiben. Und zu dem Zeitpunkt war es auch tatsächlich gar nicht so bekannt, dass wir zusammen waren mal. Deswegen habe ich mich gewundert, ähm, warum ich eine Anfrage kriege, im Nachhinein, sag ich mal auch, in Bezug auf dich. Dass du dann auch am Strand auftauchst? Ich weiß wieder, ich wurde auf Instagram. Also ich weiß doch, bei den Vorstellungsvideos damals war das ja so, da meinte er, dass seine Ex Laura ist. Und ich habe das halt einfach so, tja, Laura, ne, gibt ja viele, die Laura heißen. Aber dann haben ganz viele auch kommentiert, dass es um die Laura von Temptation ging. Aber ich hätte die beiden jetzt auch überhaupt nicht in Verbindung gebracht, sonst. Instagram angeschrieben von X on the Beach und habe es an mein Management weitergegeben. Und dann ist das Ganze ins Rollen gekommen. Also hast du mich in die ganze Bredouille gebracht, rein theoretisch gesehen. Eigentlich hat X on the Beach uns da reingebracht. Das war einfach das Schicksal. Dann erzähl doch mal, wie war es, als du eingezogen bist? Ich bin ja als sechste Person reingekommen. Und dann haben die ersten fünf, die mit mir im Startkast waren, mich alle so von unten angeschaut. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich einfach gesagt, hier kommt der Papa, weil ich eh zu 99 Prozent weiß, dass ich, egal in welchem Format ich mitmache, einer der Älteren bin. Und dann habe ich gedacht, das würde ich so aber gar nicht schätzen. Also beim Altersschätzen, da bin ich genauso schlecht immer, wie wenn Leute mein Alter schätzen. Aber ich würde ihn jetzt safe nicht als einen, also, boah, ich weiß nicht, ne? Ich hätte ihn wahrscheinlich sogar auf einen der Jüngsten geschätzt. Also bin ich da jetzt der Einzige mit der Einschätzung oder liege ich da wirklich so daneben? Vielleicht liegt das auch einfach daran, weil er keinen Bart hat, so wie ich zum Beispiel. Ich bin fest davon überzeugt bis zum letzten Tag, dass Mark Robin da wartet, weil es halt einfach spannend geworden wäre, glaube ich, für die Zuschauer. Für mich jetzt eher weniger. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eingezogen bin, wusste ich ja noch gar nichts, wann ich einziehe, wie ich einziehe und auf wen ich treffen werde. Und ich muss sagen, mein erstes Gefühl, als ich erfahren habe, dass ich auf dich treffe, war so fünf Minuten, bevor ich losgegangen bin zu den Ligen, war sogar ein bisschen erleichternd. Aber gutes Stichwort, Mark Robin. Also ich würde mal sagen, wenn Laura im Startcast gewesen wäre, dann hätte man safe darauf getippt, dass Mark Robin bei ihr kommt. Ja, ich weiß zwar nicht genau mit prominent getrennt, in welchem Abstand das wie voneinander auch gedreht wurde, aber ja, da hätte man bestimmt auf Mark Robin getippt. Wäre sicher auch interessant gewesen. Ich habe gesehen, es ist eine Frau, das heißt, es hätte nur noch von Yassin jemand sein können. Ja, ich glaube nicht, dass Yassins Ex-Freundin Alicia, das ist ja die einzige Ex-Freundin, die er, sag ich mal, auch wirklich als Ex-Freundin betitelt, zu Ex on the Beach gegangen wäre, deswegen war das. Oha, also heißt das, Paulina betitelt er gar nicht als Ex-Freundin? Oder hat er das jetzt, also, das fände ich schon krass zumindest. Und beim nächsten Mal müsste er natürlich dabei sein bei der nächsten Ex on the Beach Folge, denn da dachte Yassin, also es hat auch jemand kommentiert, sie kommt wieder rein. Also vielleicht kommt Paulina einfach zurück. Nur so im Nachhinein, hast du dich die ganze Zeit darauf gefreut, wenn ich kommen würde und das so ein bisschen überspielt, indem du gesagt hast, ich habe keinen Bock auf meine Ex? Oder erst in dem Moment, wo ich kam? Oh, das ist eine gute Frage, ne, weil das sagt, glaube ich, jeder. Jeder sagt immer, oh, ich habe keinen Bock auf meine Ex, aber das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube aber, er wird das einfach so gesagt haben. Da denkt man wahrscheinlich gar nicht so drüber nach und sagt auch einfach irgendwas. Ich hätte mich von vornherein auf dich gefreut, hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich solche Sachen wahrscheinlich nicht gesagt, aber ich war halt auch einfach in dem Mut. Also du dachtest, da könnte auch eine andere Ex-Freundin auftauchen? Ja, natürlich, ich habe ja nicht nur... Natürlich, ganz klar, Freunde. Nee, also ich hätte es an seiner Stelle einfach auf die Alkopops geschoben. Das wäre meine Ausrede gewesen. Ich mit meinen 30 Jahren habe schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel als du. 30, jetzt wissen wir es, wie alt er ist. Und ich hatte schon zwei Beziehungen vor dir. Und dementsprechend habe ich diese Dame auch dort angegeben und die hätte natürlich auch am Strand auftauchen können. Ich finde, von außen betrachtet, wenn man die Folge auch sieht, haben wir sehr, sehr erwachsen agiert. Und ich finde es auch immer schön, wenn man so ein bisschen Menschlichkeit ins TV bringt und so ein bisschen Alltagssituationen, mit denen sich... Nee, da habe ich tatsächlich ein anderes Wort. Und zwar haben die beiden einfach die Realness ins Reality-TV zurückgebracht. Aber muss man wirklich sagen, bei denen, die haben echt nichts für Show gemacht oder haben sich nicht verstellt oder unnötig irgendwelche... Also sich irgendwie unnötig eifersüchtig gemacht oder so. Auch wenn schon jemand eine Zeit lang eifersüchtig war, wenn auch total unbegründet, wird er wahrscheinlich jetzt auch so sehen. Aber nee, die beiden haben das wirklich sehr erwachsen und real gemacht. Muss man einfach so sagen. Es lief alles besser und es war auf dem Weg in die richtige Richtung, bis die erste Folge dann ausgestrahlt wurde. Ja. Genau. Also... Oh, okay. Also jetzt kommen wir dazu, wie es weiterging bei denen. Und scheinbar bis zur Ausstrahlung der ersten Folge war sozusagen alles gut. Und dann kam die erste Folge und dann war scheinbar nicht alles gut. Also man kann sagen, ab dem Zeitpunkt vom Auszug bis zur ersten Folge haben wir es wieder hinbekommen. Bis zur ersten Folge tatsächlich. Bis zur ersten Folge. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es hatte vielleicht was mit dem Kussversuch bei Carina zu tun. Oder generell mit... Also Johnny war auch und ich denke, es lag natürlich auch daran, wenn man irgendwie aufgeregt ist und so, überspielt man das ein bisschen und ist vielleicht eine Nummer drüber. Ja, so kam es bei ihm ein bisschen drüber. Also dann wurde er auf jeden Fall ruhiger. Vielleicht hat es dann damit was zu tun. Weil das war nämlich, glaube ich, auch mit dem Versuch, wo er Carina küssen wollte. Das war auch in der ersten Folge drin. Ja. Genau. Die haben wir tatsächlich nicht zusammen geguckt. Warum? Ja, das ist jetzt die Frage am Ende des Tages. Die hat da mit Carina geguckt. Ich weiß es noch. Und ich habe gesagt, ich möchte die gerne alleine gucken. Stimmt. Weil ich schon etwas im Gefühl hatte. Und du warst in der Badewanne. Ja. Ich weiß es noch. Nur einmal vorab, muss ich ganz kurz sagen. Natürlich hätte ich dir die Wahrheit gesagt. Aber ich wusste es nicht mehr. Ich war lattenstramm wie zwölf Russen. Also ich glaube... Ich war lattenstramm wie zwölf Russen. Ey, das muss ich mir merken. Das ist ja eine geile Beschreibung dafür, für den Zustand. Muss man sagen. Ich glaube nämlich, sie hat ihn dann ja irgendwann auch, weil ihr das weitererzählt wurde mit Carina, gefragt. Und dann glaube ich, meinte er, dass er sie nicht küssen wollte oder so. War das nicht irgendwie so? Ey, das ist halt mittlerweile auch schon wieder zehn Wochen her. Deswegen kann ich mich da auch nicht mehr so perfekt dran erinnern. Auch wenn ich nicht lattenstramm wie zwölf Russen war. Aber trotzdem. Aber ich glaube, irgendwie so war das. Und am Ende des Tages war ich auch so durcheinander, weil jeder in der Villa hat was anderes gesagt. Und ich wusste nicht mehr, soll ich dem jetzt Glauben schenken, soll ich dem jetzt Glauben schenken. Ich weiß es selber nicht mehr. Also in so einem Fall würde ich einfach immer... Nee, da war der ja noch nicht drin. Sonst würde ich sagen, einfach immer Dominik glauben. Der wäre zumindest meine erste Wahl. Aber nee, der war ja noch nicht drin. Ja, also da... Das glaube ich ihm auch. Weil man hat ja auch keinen Grund zu lügen, wie er schon meinte. Ja, also... Selbst wenn er das noch gewusst hätte, hätte er einfach sagen können, ja, habe ich versucht. Aber jetzt bist ja du drin. Deswegen versuche ich es jetzt bei dir. Oder irgendwie so. Also, ja, ihm glaube ich das. Wenn das andere jetzt sagen würden, würde ich auch sagen, boah, weiß ich nicht. Aber Johnny glaube ich das. Und ich, ähm, Johnny und Carina gemeinsam, was leider nicht gezeigt wurde, äh, zusammengetrommelt habe, um einmal über diesen Kussversuch zu sprechen. Carina hat das eine behauptet, Johnny das andere. In dem Moment, wo ich die erste Folge geguckt habe, ist wirklich so eine Welt für mich zusammengebrochen. In dem Moment, das war wirklich sehr, sehr schlimm. Jetzt im Nachhinein, ich glaube auf jeden Fall, dass es stimmt, dass du nichts davon wusstest. Es kam auch genauso rüber, wie er es vorhin beschrieben hat, ne, das muss man sagen. Aber, das hätte ich ja gerne gesehen, das Gespräch mit Carina. Wenn sie sagt, nee, klar hast du versucht, mich zu küssen. Und er sagt so, nee, hab ich gar nicht. Das wäre schon interessant gewesen. Da sind wir dann wieder komplett bei Null gewesen. Unter Null würde ich sogar schon behaupten. Schlimmer als vorher, ja, würde ich auch sagen. Ich hab dir deine Haustür-Schlüssel wiedergegeben, ja. Also, das ist unter Null schon. Ja, das ist aber schon, das ist schon richtig im Keller. Natürlich nicht in dem Keller, zu dem er die Schlüssel dann nicht mehr hatte. Aber auf jeden Fall im Keller. Du hast mich blockiert. Per Anruf. Und du hast mir verbal gedroht, wenn du mich noch einmal anrufst, dann blockiere ich auch deine Nummer. Dann kannst du nie wieder was von mir hören. Und wie oft hast du angerufen? Noch 13 Mal. Und dann habe ich dich blockiert. Ja, natürlich. Also, das tut mir schon wieder leid für ihn, ne. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das dann so ein großes Problem war. Also, ich verstehe ja ihre Sicht auch dabei. Kann man jetzt auch nicht sagen, dass man es nicht versteht. Sie meinte gerade nämlich auch, dass ihre Sorge dann war, wenn er eventuell mal woanders ist und Alkohol trinkt, dass er dann ja auch nicht mehr wissen könnte, was er da gemacht hat. Das kann man natürlich schon verstehen, ne. Also, boah, das ist eine Situation, in der will man einfach nicht stecken. Natürlich, weil ich halt emotional aufgebracht habe. Ja. Naja, auf jeden Fall. Übrigens, ne, diese Anrufe und so, das verfolgt uns auch richtig. Das hatten wir bei Eating with my Ex, bei Valentina und Peter gehabt. Dann ist wir das nochmal bei, wo war das noch gewesen? Genau, doch, auch bei Ex on the Beach, bei Carina und Sasa. Da ging es auch um die Anrufe. Und hier auch. Immer schön mit, du hast so und so oft hast du mich angerufen. Das ist eigentlich noch fast täglich in unserer Beziehung ein Thema. Aber wir haben erstmal eine sporadische Lösung gefunden. Ich habe gesagt. Ja, womit ich eigentlich nicht fein bin, aber ja. Ja, ich habe gesagt, nachdem ich die erste Folge gesehen habe, ich werde in diesem Ausmaß kein Alkohol mehr trinken, vor allem nicht, wenn ich feiern gehe. Aber wir haben jetzt erstmal den Kompromiss gemacht. Ich werde alleine nicht mehr rausgehen. Das werden wir dann nur noch zusammen machen. Und wenn dieses Vertrauen wieder da ist, dann, äh. Ja. Ja. Boah, das kann aber, glaube ich, lange dauern. Also da kann er, glaube ich, lange drauf warten, bis er da mal wieder alleine raus darf. Also wie gesagt, irgendwie so eine Ideallösung gibt es da, glaube ich, nicht. Wobei man sich einfach fragen muss, kann ich dem nochmal vertrauen? Möchte ich das auch? Da würde ich das halt irgendwie so mir überlegen. Aber das muss natürlich jeder selbst wissen. Aber ich mache es ja auch aus freien, also was heißt aus freien Stücken mit. Ich habe es selber vorgeschlagen. Es gibt bestimmt ganz viele Menschen da draußen und ich sage jetzt mal männliche, Leute, die auch sagen, boah, was bist du für ein Typ, du lässt dir den Mund verbieten. Du lässt dir verbieten, feiern zu gehen und bla. Aber am Ende des Tages mache ich es aus einem guten Grund. Ja, weil du ja wieder willst, dass ich dir vertraue. Ich mache es für die Frau, die ich liebe und ich möchte ja dein Vertrauen wieder zurückgewinnen. Ja. Und Punkt. Da muss man auch nicht mehr dazu sagen. Da muss er sich natürlich auch gar nicht rechtfertigen. Also, ja, wenn das die andere Person wert ist, warum nicht, ne? Also, wenn da irgendjemand sagt, ja, wie kann er jetzt nur und so sauber dazu sagen. Ne, natürlich geht man auch mit seinen Jungs und mit seinen Mädels, in dem Fall auch bei dir die Mädels mit raus. Aber jetzt ist mir einfach gerade dieser... Finde ich gut, dass er das nochmal erwähnt, dass bei ihm nicht die Mädels mit rausgehen. Sonst wären wahrscheinlich wieder die Alarmglocken bei Laura angegangen. Nein, ich sage immer, ich hätte gerne wieder das Vertrauen in Johnny, was Johnny in mich haben kann. Weil ich weiß von mir zum Beispiel selber, dass, ich hoffe, du bestätigst das, dass man mir zu einer Million Prozent vertrauen kann. Und ich dir noch nie einen Grund gegeben habe, mir nicht zu vertrauen. Und genau da war ich früher auch und da möchte ich auch wieder hin. Also, da habe ich natürlich auch nochmal in der Zwischenzeit meinen Kalender aufgeschlagen, ja. Und da habe ich einen ganz guten Spruch drin gefunden und zwar Zeit heilt alle Wunden. Das musste jetzt einfach sein, wirklich. Aber, seid ehrlich, der passt doch irgendwie. Zu dieser Sache mit Carina. Du hältst ja auch nicht so wirklich viel von ihr. Wenn man dich so die letzten Folgen jetzt im TV sieht, wie du über Carina redest oder deine Blicke über Carina und auch jetzt in deinen Storys. Sag mal, wie stehst du zu Carina und was hältst du von ihr? Okay, da bin ich jetzt auch gespannt. Vor allem, woran das liegt, dass er nicht so gut auf sie zu sprechen ist. Weil dort kam es eigentlich nicht so rüber. Oh, da könnte ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht gut auf sie zu sprechen bin. Das hat aber nichts damit zu tun, was in der ersten Folge passiert ist. Kurz nach der ersten Folge war ja auch diese Szene, wo sie mich in diese Brozone schickt. Und Yassin mir hier das Excalibur-Schwert da in die Brust rammt. Was aber nicht gezeigt wurde, ist, dass sie an dem Tag, wo Yassin eingezogen ist, zu mir gekommen ist in der Raucherecke mit den Worten, Zitat Carina. Ja, Johnny, du bist mein Bro, du bist meine Bezugsperson. Ich möchte dich bitte um Rat fragen. Und daraufhin habe ich mit ihr ein Gespräch geführt. Sie hat mir die Frage gestellt. Schau mal, Johnny. Der Yassin hat mich gefragt, ob ich heute Abend neben ihm schlafen möchte. Und ich habe ihr gesagt, schau mal her, sieh mal das große Ganze. Stell dir vor, du bist Paulina. Du hast noch Gefühle für einen Mann, ja? Und dieser Mann fragt eine andere Frau, ob sie am ersten Abend, wo er eingezogen ist, neben ihm schlafen möchte. Dieses Dreieckgespann ist ja sowieso phänomenal, was Unterhaltung angeht. Und ich habe ihr gesagt, ich würde es nicht tun am ersten Abend. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber versetzt dich in die Lage von Paulina. Wie würdest du dich damit fühlen? Sie hat mich daraufhin angeschrien und hat gesagt, was denkst du, wer du bist? Bla, 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 bla. Also sie wollte meine Meinung haben. Ich habe ihr meine Meinung kundgetan. Und dann war es aber ihrer Meinung nach die falsche Meinung, die ich ihr kundgetan habe. Also ich habe jetzt nichts gefunden, warum man ihn anschreien müsste dabei. Also ich bin da jetzt an sich nicht seiner Meinung, dass sie da auf Paulina Rücksicht nehmen müsste. Habe ich ja auch in den ganzen Reactions zu dem Insta-Beef von den beiden schon erklärt. Aber ich finde, da gibt es keinen Grund. Also man kann aus Nettigkeit, kann man das machen. Aber ich sage mal, man schuldet da drin ja keinem was oder muss niemandem Gefallen tun. Und deswegen muss man da auch nicht auf Paulina irgendwie Rücksicht nehmen. Aber also warum sie sich da so getriggert davon gefühlt hat, ist ja trotzdem ein legitimer Tipp von ihm. Kann man ja nichts gegen sagen. Weil Yassin kam auch irgendwann eines Abends zu den Jungs, als wir in der Runde saßen. Und hat gesagt, was ist euer Problem? Warum schließt ihr oder grenzt ihr Carina so aus? Habt ihr ein Problem mit ihr? Also das ist ja wirklich krass. Da wurde einfach nichts von gezeigt. Gar nichts. Das hören wir jetzt so zum ersten Mal. Schade, wirklich. Also vor allem solche Szenen jetzt wie das mit Yassin. Das hätte ich schon gerne gesehen. Weil das kam auch nie so rüber, als hätte es generell bei denen mal Stress gegeben. Oder es hätte er da ein Problem gehabt damit. Aber es kam auch nie so rüber, als würde jemand Carina ausgrenzen. Also so hätte ich es auch nicht wahrgenommen. Beispiel die Situation, wo Carina und Paulina Yassin voll auffliegen lassen. Da ist alles total cool. Und keine paar Stunden später ist, sobald sie irgendwie von jemand anderem die Meinung kundgetan bekommt, und was ihr aber gegen den Strich geht, ist der oder diejenige dann auf einmal total sch***. Also egal, was ihr nicht passt, ist total kacke und da muss man auch total pissig reagieren. Und das ist halt so dieses Verhalten, was sich dann halt die ganze Zeit in der Wille auch durchgezogen hat. Und dementsprechend kann ich das nicht verstehen, aber lasst uns auch nicht weiter auf das Thema eingehen. Da können wir uns noch morgen drüber unterhalten. Ja, bei denen. Das machen wir lieber ohne Mikrofone. Da reden wir lieber morgen nochmal drüber, wenn wir uns frei äußern können. Nee, aber ich stimme denen dabei zu. Also das bei Paulina und Carina und generell, das war sowieso immer auch im Nachhinein voll die komische Situation. Das wäre wirklich so krass, wenn Paulina einfach nochmal zurückkäme in der nächsten Folge. Also ich glaube nicht dran, sag ich euch ehrlich. Also wobei sie halt schon so das Aushängeschild der Show ist. Das wurde ja immer mit ihr, also wurde sehr viel mit ihr geworben und so. Deswegen könnte ich es mir deshalb vorstellen. An sich aber, weiß ich gar nicht. Gab es das schon mal, dass eine Person raus war und dann wieder zurückkam? Wenn es das schon mal gab, dann kann ich es mir auch vorstellen. Ansonsten denke ich mal, wird es eine Person sein, die vielleicht ein paar optische Gemeinsamkeiten mit ihr hat. Aber nicht, dass Paulina wirklich wieder zurückkommt. Also ich sage euch auch ganz ehrlich, ich finde auch, es würde keinen Sinn ergeben. Ich fand jetzt Paulina nicht so unterhaltsam da drin und man hat auch gar nicht so viel mitbekommen, außer dem Stress mit Carina und mit Justin ab und zu. Deswegen fände ich das auf jeden Fall nicht nötig. Es war genau der richtige Moment zum Auszug für mich, weil ich wollte mit dir weitermachen draußen und gucken, wie es draußen läuft. Draußen ist es ganz anders als da drin. Und deswegen war ich eigentlich froh, raus zu sein. Um ehrlich zu sein, war ich aber noch mehr froh, einfach in dem Moment raus zu sein, wo Sasa eingezogen ist. Sein Einzug war der Moment, ab dem ich nicht mehr gerne bei Ex on the Beach war. Dann ist es wahrscheinlich für uns schade. Vielleicht hätte es da auch mal Beef gegeben. Ein perfekter Abschluss. Auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich war auch nicht traurig mit Sasa und ich weiß nicht, ob man Vanessa auch dazu zählen kann. Ich habe jetzt nur aus Kontakt mit dem einen oder anderen etwas zugetragen bekommen. Ob es stimmt am Ende des Tages, das kann ich nicht beurteilen. Aber es soll wohl noch sehr, sehr viel Stress in der Zukunft geben. Ja, und da bin ich... Oh, das klingt aber richtig gut, ey. Okay, das klingt richtig gut. Ich habe ja auch schon gedacht, ich denke mal, da wird es bestimmt noch mal Stress geben. Wahrscheinlich auch mit Carina, keine Ahnung. Dann Marvin kommt ja irgendwann auch noch rein. Vielleicht haben die es natürlich auch extra gesagt jetzt, damit wir die weiteren Folgen anschauen. Und damit wir jetzt nicht, nur weil die beiden nicht mehr dabei sind, nicht mehr weitergucken. Das kann natürlich auch sein. Wir können die Frage, ob wir noch ein Paar sind, ganz klar mit Ja beantworten. Johnny hat seine Wohnung in Köln. Ich habe meine Wohnung in Neuss. Aber Johnny ist jeden Tag bei mir, schläft jeden Tag bei mir. Kurz gefasst, die beiden wollen zusammenziehen, beziehungsweise machen das. Und dann wollen die auswandern aus Steuergründen. Ja, nein, das mit den Steuergründen haben die natürlich... Das haben die natürlich nicht gesagt. Aber damit sind wir durch hier mit dem Podcast. War eine sehr geile Folge, würde ich sagen, ja. Sehr sympathisch, sehr authentisch. Mehr muss man auch nicht mehr sagen, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wenn ja, lasst Like und Abo da. Und wir sehen uns natürlich auch morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.